Nozze Mystiche di Santa Caterina Nr. 81 In der ersten Kapelle des rechten Schiffes, damals unter der Schirmherrschaft der Schumacher, wurde das Tryptikon aus Gold gebracht mit der Nozze Mystiche di Santa Caterina, mystischen Hochzeit dieser Heiligen. Zwischen, sagte Sebastian und Bischof San Cotard gestellt, was Lorenzo und Bernardino Fasolo aus Pavia zugeschrieben wurde. Das Gemälde wurde im Jahre 1513 für die Bruderschaft von Santa Caterina erstellt. Im Jahre 1564, als diese Bruderschaft sich mit der von San Biagio vereinte, wurde die Figur von San Gotthard in San Biagio umgewandelt und man stellte ihm einem Kamm in die Hand zum Wollekrempel, das Symbol seines Martyriums.